So, die erste Übung, die ich euch zeigen kann, die man wunderbar überall machen kann, sind ganz einfach Ausfallschritte. Dabei ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Oberkörper immer gerade bleibt und der Ausfallschritt, demzufolge hier so das Knie berührt, Oberkörper gerade und dann wechselt ihr einfach wieder mit links und hier dasselbe, Knie kann den Boden berühren, Oberkörper bleibt gerade und davon immer zehn Stücke der Seite, habt ihr schon mal eine gute Übung. So, die zweite Übung, die auch jeder machen kann, überall, ist ganz einfach Liegestütze. Da ist wichtig, darauf zu achten, den Oberkörper anzuspannen. Die ganze Zeit nicht hängen lassen, hier im geradlinigen Winkel 45 bis 75 Grad und dann einfach kontrollierte Liegestütze. Ganz einfach wichtig ist dabei, immer den Oberkörper anzuspannen. So, und als dritte Übung kann ich euch auf den Weg gehen, hier ist es ein bisschen schwierig, aber der Untergrund ist ja hier trotzdem weich. Einfach Sit-Ups, die kann man auch überall machen, man wird zwar dreckig, aber das ist ja wirklich kein Problem. Und dann einfach darauf achten, dass die Beine hier bleiben und man ganz normal seine Sit-Ups macht. Die kann man überall machen, sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber ist ja für das eigene Ruhe befinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017